Wie heißt das? Der Hamburger. Die Pommes frites. Das Spiegelei. Die Pizza. Die Spaghetti. Der Döner. Wie heißt das? Die Lampe. Der Fernseher. Die Steckdose. Der Schraubenzieher. Der Teppich. Der Stuhl. Wie heißt das? Der Mantel. Das T-Shirt. Die Mütze. Das Hemd. Die Hose. Der Kapuzenpulli. Wie heißt das? Der Reisepass. Der Kugelschreiber. Der Kugelschreiber. Der Radiergummi. Die Bahn. Das Fahrrad. Das Fahrrad. Das Auto. Wie heißt das? Der Schuh. Das Buch. Der Computer. Die Sonne. Die Sonne. Die Erde. Der Mond. Wie heißt das? Die Banane. Der Löffel. Die Gabel. Das Fenster. Die Tür. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Wo sind die Fer eater. Bist du das? Ich bin Gott. Du darfst. Das Officer.